Würde Geld einfach gar keine Rolle spielen, würde ich mir aktuell wohl diesen Kurzdistanz-Beamer kaufen. Der 4Movie Theater hat eine native 4K-Auflösung, 2800 Ansilu, Android-TV mit Google-Diensten als Betriebssystem mehr als genug Anschlüsse und dazu noch ein integriertes Soundsystem von Bowers in Wilkins. Damit schmettert der Projektor ein gestochen scharfes Bild auf die Wand und Almin, guckt euch einfach mal den größten Unterschied zwischen mir und dem Bild an. Alter, ist das nicht krass?